Herzlich willkommen zurück zum Letztwerk von uns auf hier. Und jetzt mache ich schon die Musik an. Also ich habe das Video für 20 trainiert. Egal. Ich habe ihn schon sehen. Ich habe ihn schon sehen. Ich denke ich recht mal. So, jetzt komme ich erst mal zurück. Und ja, das Lied. Er hat bestimmt jeder gehört. Und so viel ist es vermisst. Genau. So ist es aber zu sehen. Hier vielleicht noch keiner mehr ab. Und jetzt habe ich jetzt gerade hinrenne. Ich bin nicht zufrieden. Aber es wird nun mal sein. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Die sind aus anderen. Oh, ist der so nicht? Asche, Tasche. Sie hat ihren Namen nicht umsonst bekommen. Denn sie besteht von 100% aus Asche. Und das ist ein Sonder, das ich jetzt besiegt. Danke. Oh. Okay. Ach, ich will so, ich mache keine Schmuckfläche. Ich will den Schneider sehen. Ich würde sie gerne wechseln. Schmuck. 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 Ich weiß, wie es so erwartet ist. Hey. Und jetzt kommt das Lied, das keiner erwartet hat. Ich habe Angst, dass es so blöd ist. Drei Mal mehr angefangen. Also nicht neu angefangen. Ich stelle immer kurz bevor ich das Fahrrad... Normalerweise bekomme ich das Fahrrad. Und die Alternativen verliessen. Und hier gibt's die Schlage. Ach Mist. Okay. Nein, ich gehe jetzt nicht hier hoch, sondern hier runter. Und noch einmal. Kreml. 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 Und kreml. Und kreml. Und nach dem Lied geht's irgendwie viel los. Jetzt gucken wir noch mal wieder. Ach Mist. Ich bin jetzt wenigstens reingegangen. Ich bin noch reingegangen. Ich bin schon mal passiert, dass ich fast reingehaut bin. Und die Tür aber wieder raus. Okay. So. 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 Toch. Eherabt ein Schmerz. Und dray darin screwschne aucun ich ein. Hinterknicks aus dem Nog кор fizeramont Elektronik Jach Das ist doch schlecht für mich? Aber ich kann es nicht gleich einfach Kaufen wir es Cool Das ist so cool Hi L Ja genau Was geht da noch? Wie kommt dieses Ära der ... ... ... ... ... ... ... ... So, jetzt muss ich mich gerne Dägen 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 Bitte zu sein So, das ist ja dein Fertlöchel auf das Löchel so normalen Tempo laufen. So, die Alana Keks und ein Fertlöchel für Kölfer. So, das ist ja dein Fertlöchel. So, die hat schon gekürt. Die hat schon gekürt. Guck mal, wie es so steht. So, das ist ja ein Fertlöchel. 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 Wie geht es? Oh, das ist so schön! Das macht es sehr viel. Das macht es so. Das macht es so. Wie kann sie das machen? Ich kann das nicht mehr in die Schmerzen einsetzen. Das macht es so. die 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 Ich bin einfach von Nu und Darth, als Fleischwäsche, genau. Ja, Willenskraft. Aber es ist schlecht genug. Schlinger! Und das ist noch ein Wiegel? Ich denke wohl eher nicht. Gibt es hier jemanden rein? Bobbiat? Nein. Geh ich hier rein? Hm, aber ich glaube ja. Geht schon was auf damit? Warum jetzt glaube ich wieder normal? Ähm, ja. Nein. Hier im heißen Sand vergraben zu sein ist. So warm und einfach heimlich. Äh, ja. Aua. Ein Goppen hat mein Regen angeknallert. Haaa! Haaa! Ach, du machst ihn auch heiß? Was gefällt? Das ist überraschend. So wie ein Mensch mit ihrer. Was, was nicht überraschender ist? Weiß nicht. Ja. Kommt hier runter. Dann fließt ein Weg hier wieder zurück. Und dann freu ich mich. Ich guck mal in die Räuße rein. Dann kann ich weiterladen. Meine Frau wärmt ein Ei in den heißen Quellen. So hat sie es mir jedenfalls gesagt. Sie hat zwei Pokémon Intervention abgegeben und heraus kam mein Ei. Was? Wieso ist denn hier die Funktion von so innen genau drin? Das ergibt keinen Sinn. Hm. Ja. Ich bade jeden Tag in den heißen Quellen. Ich bin ein wunderschön und starke Arena. Leider wie Flavia werden. Hm. Ich muss dich enttäuschen. Flavia ist Schmach. Okay. Hm. Okay. Ich denke, die Tränen. Die Pokémon fühlen sich eher um Tränen mehr rum, wenn sie viel Zeit mit einem verbringen. Je länger, desto besser. Und das ist deine Meinung. Bild rediert deine Meinung. Ich habe meinem Pokémon einen Pokémon in der Rot gegeben, seitdem es ist cooler. Hm. Vielleicht natürlich auch ein Pokémon in der Rot ist. Das würde ich dir ja sehr empfehlen. Und was ist das lustig? Oh, oh, oh. Ein Kindchen. Hey, Kindchen. Du kannst von mir die heißen Quellen erreichen. Wenn die Roman sich irgendwie ausruhen, dann kauf dir Laura Käfer. Danke. Wenn dir gut zu viel heißes Lüßel und wir brauchen trotzdem trotzdem die heißen Quellen nicht raus. Ist das nicht fast schon magie für dich? Ja, natürlich ist das schon magie. Ich kann sagen, die heißen Quellen sind gut und guck dir in den Fissern anstreben. Blablabla. Ja, okay. Da bin ich so gut. Was in der anderen Parole heißen Quellen ist, ist schaubar. Wie? Oh, es schlüpft. Es schlüpft. Es schlüpft. Es schlüpft. Es schlüpft. Und die Schnelle ist... Das schlüpft. Es schlüpft. Ist so. Okay, und das war's mit dem neuen Punkt. Ich hab hier die Zehnung. Tschüss. Vielen Dank.